Liebe Freunde, herzlich willkommen zu unserem Weihnachtsvideo. Wir haben für euch einen Roten und einen Weissen wie zusammengestellt in einer speziellen Aktion. Der erste, der Rot, kommt von Andrew Janwick aus Washington State. Es ist eine super Appellation, die heisst Red Mountain. Da kommen die besten Trauben her. Es ist eine sensationell stoffige Wein, die wunderbar zu einem Weihnachtsfilet passen wird. Er kostet 46 Franken, hat 93 Punkte ergattert beim James Suckling. Wir zeigen euch hier Weiss, respektive ein Sparkling Lime. Wir dürfen ja nicht Champagner sagen, ist aber eine Methode traditionell. Kommt von Domaine Carneros. Er ist seit 30 Jahren, also ist eine französische Gründung, von Tétanger. Die laufen langsam im Mami den Rang ab. Der Wein hat jetzt 91 Punkte um eins begeteilt. Er kostet 33 Franken. Deutlich weniger als die Mutter. Ja, für Weihnachten, aber selbstverständlich auch für eure Neujahrsparty und Wallaba Kandidat. In Bedouin offerieren wir euch eine Stadt für 79 Franken von 69 Franken. Der Transport ist auch noch zu alt. Und jetzt möchte ich allen sehr schöne Weihnachten wünschen und einen guten Rutsch in hoffentlich ein einfaches 2021. Jahrhunderts und Jahrhunderts. Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. Vielen Dank.